Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition. Ja, ich so schön mal hier schön aufnehmen wieder, ne, hab ich gedacht. Und das erste, was ich gesehen habe, ist das hier. Und ich so, oh, nicht da schon wieder echt jetzt. Ey, jede Aufnahme beginnt in diesem fucking fuck. Gut. Ah, wir werden ausgepeitscht. Ah, wir werden von allen Seiten ausgepeitscht. Das ist wohl das... Das ist wohl Dark Room Extended Version hier. So, was brauche ich jetzt? Ich habe schon ein paar Monate nicht mehr gespielt. Wie sehe ich denn aus, bitte? Gut. Ja, ja, peitsche jemand anders aus, aber nicht mich. Gut, äh, wo soll ich jetzt eigentlich hin? Ah, fuck. Nimm's. Nimm's mit. So. So. Ähm, irgendwie wollte ich was sagen, aber ich habe es vergessen. Ich habe es wirklich vergessen. Wo soll ich denn jetzt hin? Soll ich da, darunter, darunter. Sieht auch immer gut aus, ne? Hm. Ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, was ich... Irgendwas wollte ich mal ansprechen, aber ich habe es wirklich total vergessen. Auf jeden Fall ging es wieder um Ragen. Na ja. Sei mal dahingestellt. So. Äh, hör auf zu ruckeln. Lauf ich eigentlich richtig? Das ist ja auch eine Frage, ne? Bei den ganzen Rollen, denke ich mal, lauf ich richtig. Sophia, gehst du mir mal aus dem Weg? Sonst muss ich auch rauspeitschen. Dann hole ich den schwarzen Gurt und dann macht's... Pfff. Boah, ist das ein scheiß Labyrinth, eh ernsthaft. Lauf ich zurück oder gehe ich vorwärts? Keine Ahnung. Ich habe gesagt, dass ich eine der schönsten Voren in Skyrim habe. Oh, das ist aber eine Danke. Ich weiß, dass ich eine schöne Stimme habe. Ich muss sagen, ich bin zufrieden. Da, 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 da. Wo geht's denn weiter? Ich muss jetzt zum Ziel. Wo geht's denn weiter? Nein, ich bin zurückgegangen. Verdammt. Ich hatte's befürchtet. Okay. Ich weiß nicht, da, da lang. Ja, das passiert, wenn man nicht in die richtige Richtung läuft, dann passiert das. Überhaupt, wo geht's jetzt eigentlich lang? Da drüben? Ah, da drüben, okay. Ganz, ganz merkwürdig. Das ist sehr strange. Warum hab ich eigentlich in die Richtung geguckt? Beim Abspeichern. Ist ja ganz toll. Hab ich hier in der Vergangenheit wahrscheinlich gesagt, so jetzt guck ich extra dahin, damit ich hier schön in die falsche Richtung darf im Starten. Und er so dann, ja, ha, 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 ha. Und ich so, mhm. Ah, cool. Und dann ist hier doch nichts. Ah, doch. Das hier. Was passiert jetzt? Ah, der Schlauchlevel wird neu justiert. Jetzt haben wir hier den Schlauchlevel geändert. Dann können wir hier durch. Und haben jetzt Fortschritt. Sehr schön. Hat der nur zwei Stunden gedauert. Oder, ja, fünf Minuten. Ich finde das echt uncool, dass man immer ausgepeitscht wird, wenn man hier durchgeht. Das sieht aus wie bei Half-Life. Episode 2. Oder an der 1. Unten in den Kanälen. Oder ein Parkhaus. Wo Gordon und Alex doch hier da durchgehen. Und da sind ja so viele Ameisen. Das sieht schon nice aus, ne? Kann man mal ein Tabnail machen. Das wird eh dauern, bis ich hier rauskomme. Drachen. Na, ist eigentlich doof. Äh, nutz mal Zeit für langsam. Im Zweifel. Habe ich da schon das Klatsch? Habe ich da schon in Versuch? Ne, okay, habe ich noch nicht. Ja, das zweite Wort habe ich schon, aber das andere noch nicht. Oh, Alter, er soll mal aus dem Sif rausgehen. Oh! Klatsch. So. Und er ist weg. Und seine Seele gefangen. Und das war so der Wächter und die Strafe dafür, dass man hier längs geht. Okay. Das geht zwar lang. Warte mal, dass... Es ist doch noch was. Ah, ich sehe schon. Okay. So einen Bonusraum gibt es hier noch. Wir werden es zwar nie wieder benutzen, aber ich werde es trotzdem mitnehmen. Gut, ich glaube, das dürfte das letzte gewesen sein. Oh, noch ein Kapitel. Kapitel über Kapitel. Was habe ich hier als Quest eigentlich? Suche den Tempel. Achso, ist es direkt der Tempel. Ist es direkt das Finale, was ich mache hier? Das ist ja mal ganz was anderes. Socke. Oh, ich sehe schon, was anders sockelt. Ich kann nicht schreien. Die haben meine Schreie unterbunden. Ich finde es toll. Baumringe. Was ist das für ein Zauber? Ah, cool. Die Bildlauf... Okay. Na, okay. Immerhin die Bildlauftasten funktionieren. Aber das ist... Okay. Ja, doch. Hier richtig. Baumringe. Dann, wenn er erhält 10 Lagen, ziehe Ringe. Jede Lage erhöht die maximale Gesundheit um 20 Punkte. Fallen 33 Sekunden lang ab. Aha. Wird hier auch interessant. So. War hier nichts. Soll ich irgendwas liegen? Soll ich irgendwas mitnehmen hier? Gut, nehme ich mal hier den Zocker aktivieren. So, Gisela, welches Buch möchtest du drauflegen? Über Dossier, ne? Ach, die Apokrypha-Bücher sollen wir da hinpacken. Ah, ja. Warte mal, es zeigt auch immer was an, ne? Dann nehmen wir das Buch nochmal raus. Das sieht aus wie ein Maul. Würde ich sagen, Forschende Scheren. Sieht aber zwar nicht aus wie eine Schere, aber naja. Das ist... Ne, das ist Forschend. Das ist Blick. Ne, das ist Späne. Oh, boah Gott. Pass auf, das ist nicht runterfällig, Junge. Späne. Späke holen. Späne, das gibt mir eine Frontwäsche. Oh, ich habe gesagt, das habe ich nicht gehört, habe ich nicht gehört? Wäsche ist das nicht ne... Heißt das auch nicht Pflaume? Ist auch heiße Pflaume, ne? Wundertrunk des Zaubernden. Gott, was soll denn das sein? Knochenlose Glieder. Und so, wo der Letzt... Ne, das sind Klingen. Scheren. Scheren. Da kommen Scheren hin. Ne, das... Verdammt. Was vertauscht. Dann nehmen wir das wieder raus. Packen hier die... Äh. Klingen hin, was natürlich besser zu 10 passt. Auf einmal, weil es knirscht. Dann packen wir hier die Forschenden Scheren hin. Und was passiert jetzt? Sie enthüllen das geheime dritte, vierte, fünfte, sechste Buch. Also gucken wir in das dritte, vierte, fünfte, sechste Buch. Und öffnen Kapitel 6. So. Was haben wir hier? Zunächst mal schon mal... Ach, geht doch. Okay. Ich hab's gerade aufgegeben. Habt ihr auf das Buch von Nereva gerade über Mond und Sterne? Habt ihr das gesehen, das Bild? Das liegt darin, weil die mit Azura korrespondieren. So. Ich bin gespannt, was passiert hier. Ich würde sagen, das sieht nach Finale aus. Soll ich? Ja, doch. Sonst will's nachher eine Überfolge. Und ich will einen sauberen Cut haben. Das hab ich in der letzten Session, glaub ich, auch gehabt. Also mach ich hier einen Cut. Bis dann.